Majestät, Majestät, ich bin ja untröstlich, ich bin zu spät unterrichtet worden. Der kommt ja prächtig nachher, der Herr Landrat. Ja, ich war erst auf die Rittergüter und auf die Güter alles gucken, ob zum Rechten besteht, nach Ihrem Rechten. Es tut mir wirklich leid. Ja, was sagen denn die Bauern? Naja, da habe ich mich noch nicht informiert, da habe ich noch keine Zeit gefunden. Gut, dann gehen wir jetzt mal hin und fragen Sie. Ja, ich begleite Sie gerne, was wir machen können, alles. Majestät, jawohl. Bitte sehr. Ja, sehr danke.